moin leute servus grüße gehen raus was geht was geht ich bekomme jetzt des letzten öfteren nachrichten dass ich anscheinend nicht mehr streamen sollte das ist fake aktuell gönnt youtube immer noch nicht ich habe nur bugs und es leckt nur auf youtube rum mit dem pink kann ich absolut nicht spielen ich streame immer noch jeden tag also daily streams auf twitch würde mich freuen wenn ihr da vorbeischauen könnt und zwar habe ich da genau den gleichen namen wie auf youtube falls ihr mich noch weiter unterstützen wollt schaut gerne auf twitch vorbei wir starten jetzt mit dem trio cash cup um 18 uhr und heute abend wo so seid gerne bei link unten in der beschreibung bis gleich im chat